Wieso ich Diorit hasse? Nun, das ist eine lange Geschichte, aber ihr werdet davon teilhaben. Anfangs ein ganz normaler Tag. Ich wollte einfach nur meine Frau besuchen, die eine Zeit lang in einer Großstadt lebte. Schatz, bist du zu Hause? Schatz? Hallo? Ist sie etwa nicht zu Hause? Schatz, bist du? Schatz, bist du? Schatz, bist du? Chef, wir haben ihn. Wie sollen wir fortfahren? Macht ihn kalt. Was zum? Verdammt. Ich hab kein freies Schussfeld mehr. Was nun? Sprengt das Haus. Oh scheiße, scheiße, scheiße. Oh fuck. Könnt ihr denn nichts richtig machen? Ich will ihn tot sehen. Sofort. Gott. Fuck, ich muss Johnny anrufen. jetzt geh schon ran. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin kein freies Schatz. Ich habe ein Fortschritt. Ich habe ein Fortschritt. Ich bin leid. Oh Gott, ich bin leid. Ich bin leid.